Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Crash Bash Part 17 Und es kommt Metal Fox, Metal Fox Metal, jetzt wird hier rumgemetalt Und im Sinne von rumgeballert Weil ja, passen ja auch aus Metall bestehen Auf Englisch Metal Heißt die Musikrechnung ist als Metal ist eigentlich Metall Und, ja Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Und da ist schon einer tot Nö, 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 nö Verdammt Rillaru, gewinnt Rillaru, musst du meine Lage ausnutzen 3, 2, 1, los Oh Immer her damit Einer ist tot Okay Hier haben wir gar nichts gemacht Töten sie sich einfach gegenseitig Oder mich einfach aus dem Kämpfen raushalten Los 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 Das war's für heute. Hey, ja, kill dich selbst! Ah! Cortex? War ja so kaputtlandt. Das ist nicht nett. Ha, ha, ha! He, he, he! Eine Bombe in die Fresse! Wir bombardieren sie weg! Au! Au! Ich bin tot! Was? Jetzt hat bisher alle einmal gewonnen. Und ich allerdings zweimal. Drei, zwei, eins, los! Nein! Oh, da ist er tot. He, 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 he! Hat sie einer selbst gekillt. Na? Jo! Hör auf mich! He, he, he! Crash gewinnt! Hör auf mich! Uh! Ich komme jetzt relativ gut voran nach dem... nach dem Fällen beim Eng... Ballisten. Okay. 40 Sekunden. Ist das eine gute Zeit? Let's close! Was haben wir denn jetzt gekillt? Oh Mann, das wird schwer. Ja. Man muss sie so setzen, doch... Ich könnte eine Bombe gebrauchen. Geschafft! Du gewinnst! Auf dem letzten Stecken! Und jetzt kommt der Gestalt! Und das wird etwas schwerer sein. Weil ich muss da unbedingt immer in Bewegung sein. Hüte dich von den fallenen Minen und ich weihe immer nur auf mich. 3, 2, 1, los! Was?! Töten die einen sofort, oder was? Ich glaube, ich hätte da keine Minen setzen sollen. Verdammt! Daneben! Verdammt! Daneben! Verdammt! Verdammt! Ich und Rilero haben uns gegenseitig gekillt! Oh! Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Oh! Wo kam die Bombe her? Drei, zwei, drei, vier, vier. Jetzt hab ich gar nicht auf die erste Vorrede hier heranfliegen. Ah, hab ich erwischt. Ah. Geschafft! Du gewinnst. Hm, beim Panzerfahren ist Technik alles. Und ich würde sagen, hier beende ich den Part. Und das war Let's Play Crash Bash Part 17. Und bis zum nächsten Part.